Was ist die Liebe denn? Wer kann sie beschreiben? Wer wagt es, Gefühle in Worte zu kleiden? Ihr seht hier zwei Menschen. Der eine heißt Fares und sie ist Luise. Ich fürchte nichts, nichts als die Grenzen deiner Liebe. Dunkle Wolken kündigten sich an. Denn ein Brief erreichte Fares und der Brief sagte, dass Fares nicht bleiben durfte. Und mit dem edlen Herzen eines wahrhaft Liebenden traf Fares eine schwere Entscheidung. So trennten sich die Liebenden. Nicht aus freien Stücken, nein. Die Stürme des widrigen Schicksals hatten Hindernisse wie Gebirge zwischen sie treten lassen. Das ist ein Scherz, oder? Warum? Entschuldigung. Warum? Entschuldigung. Sag mir warum!